In jeder Sendung stellt Julian mir eine Aufgabe und ich bin schon ganz gespannt, was das heute ist. Heute habe ich mir überlegt, geht es mal hoch hinaus für uns beide. Dann richtig gut laufen. Extrem. Willkommen bei der Challenge. Wir sind in der Kletterhalle, ja? Und ich bin schon noch voll bereit. Wichtig ist, Füsse zu brauchen und entspannt in den Armen zu sein. Wenn du dich so fest hältst, dann kommst du nicht hin. Es sieht auch doof aus. Ich habe die Arme gestreckt und ich arbeite mit den Füssen. Also, dann hängen wir dich hoch. Achtung, fertig. Sehr gut. Ich komme nicht über. Linken Fuss vorne. Das wäre es gewesen. Challenge. Verstanden. Das Letzte war eigentlich zu hart. Das hat mir jetzt mega Spass gemacht. Fast allen geht das so und sonst kommst du einfach an die Züspan. Wir haben dort eine 15 Meter hohe Wand. Da kann man mit ganz kleinen Kindern kommen. Wir können also Erwachsenen versuchen. Darf ich jetzt langsam wieder runter? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Weißt du nicht. Wir haben natürlich zusammen. Wir haben jetzt schon einen Piengang. Wir haben heute hier. Ich denke und einわけ. Wir haben, wir haben wieder hier. Wir haben jetzt schon wieder.